Das ist Stefan. Stefan studiert auf Bachelor BWL in Saarbrücken. Dazu muss Stefan sich eine Wohnung mit einem Mitbewohner teilen. Die Wohnung kostet Geld. Auch die Lebensmittel Handy, Auto und sein Hobby kosten ein wenig Geld. Stefans Mama beteiligt sich am Studium so gut sie kann. Sie zahlt Stefan monatlich 300 Euro. Aber das langt für das Studium nicht. Stefan braucht einen Nebenjob. Abends fährt er Pizza aus. Aber auch das langt noch nicht. Stefan hat jetzt noch einen Nebenjob. Er unterrichtet Clara, eine elfjährige Schülerin in Mathe. Jetzt hat Stefan zwar Geld, aber keine Zeit für Hausarbeiten und Klausuren. Das ist Julian. Julian studiert auch auf Bachelor bei der ASW, Berufsakademie Saarland in Neunkirchen. Julian bekommt Geld von seinem Ausbildungsunternehmen. Das Studium dauert auch drei Jahre, wie bei Stefan. Aber Julian muss gar keinen weiteren Job zur Finanzierung seines Studiums ausüben. Und durch den Praxisbezug seines Studiums steigen seine Karrierechancen nachweislich. ASW, Berufsakademie Saarland, studieren und Geld verdienen. Und das Beste? Julians Mama kann von dem Geld, was sie eigentlich für Julians Studium zurückgelegt hat, jetzt prima shoppen gehen.